Ach bitte, mach mir die schon wieder nen Marktplatz kaputt. Also, nach dem was ich weiß, sollten es sechs Barrows sein. Zwei haben wir schon mal. Da unten müsste noch eine sein. Ja, die geht jetzt weiter suchen. Da oben ist ne Barrows, okay. Okay, wo kann ich nen Außenposten bauen? Dann bau den mal da hin. Ich frage mich da nämlich echt. Ja, erlaubt das Bauen von Sachen. Das wäre schon cool. Nur wenn ich jetzt einfach in den Gilden zusätzliche Helden ausbinden könnte, die sich dann im Outpost niederlassen. Vorausgesetzt, die schaffen es, den Outpost zu bauen, bevor die da den nächsten... Äh, bringt dich wirklich was. Soverein, a building has been upgraded. Ist Berser King? Wow, die haben den aber schnell eingerissen. Ich hätte das Geld hier bei der Embassy stecken sollen. Das war wieder einer meiner Marktplätze. Ich hätte das Geld nebenbei das Upgraden meines Castles stecken sollen, aber so lernt man. Ja. Ja. Neue, ich will dich an! Ich will dich an! Neue Markplatz, das war ein Kryptatempel. Und die Wagers-Gilde. Ich brauche auf jeden Fall noch einen zweiten Discord-Warrior. Und vielleicht noch ein weiteres zu Larry. Die kann ich allerdings noch nicht bauen, weil dafür muss ich erst den da... Wow, haben wir auf einmal Geldboost gekriegt. Okay, wir kriegen gerade super viel Geld rein. Das Ding muss weg. Was glauben die noch mal, wenn Helden gestorben sind? Passens, ah. Wait. Hier die Oma. Gold, your majesty. Tax collector. In the name of the Sovereign. So, dann schicken wir mal die Oma. Leute zum Erkunden nach da unten. Gold, your majesty. Sovereign. A building has been upgraded. Tax collector. Wow, wir haben ja Geld, eh? This will be a quick minute of gold. Gut, da ist Nummer vier. Hier. Your marketplace now serves you better. So, noch ein Solaris, also Tempel Ophelia. Und dann der Ambassador. Soverein! A building has been upgraded! Tax collector! More gold, your majesty! So, noch ein Discord? Gold, your majesty! Wenn ich das da zerstört habe, sind es noch zwei. Dann muss ich die zwei nur noch finden. Tax collector! Gold, your majesty! In the name of the Sovereign! So, noch ein Embessi- Embessi- Embessi? In the name of the Sovereign! Gold, your majesty! ... End дела! Der denkt nach. Okay. Oh ja, elf. Welchen von beiden hat's erwischt, den hier? Noch ne Ranger oder ne Rogue-Gilde? Na, noch ne Rogue-Gilde. Die Rogue sind nämlich sehr angetan von meinen. Pestilence and Decay. So, Open Embassy. Oh, noch nicht so der wie. Das holt dieses Mal die Viecher auf den Plan. Okay. Und am besten auch noch ne Elfen-Launch. Die ich nicht bauen kann, weil ich gerade kein... Die Rogue-Gilde ist gekommen, mein Liege. Ach Gottchen. Ich brauche... Ich brauche das! Ich brauche das! Zwei fehlen noch und sind noch neun Tage. Das heißt, wir erhöhen die Weaver... Äh, nein, nicht dich. Dich will ich erhöhen. Und am besten stelle ich die Explorer-Flags vielleicht mal ein bisschen mit Geld ein. Ein neuer Hero hat auf der Embassy, meine Liege. Ich verteile ordentlich welche. Deine Majesty, ein neues Gebäude ist komplett. Oh! Dich will ich nicht, meine Majesty! Hm... Das hat's so gut, Herr. Das hat's so gut, Herr. Das hat's so gut, Herr. Wir sind unsere Heroes. Ja... Ich lass dich nicht meinen Marktplatz zerschlagen. Ich muss noch zwei Barrows in sieben Tagen zerstören, das dürfte ja irgendwie hinzukriegen sein. Oh, wer fällt mir gerade ein, wer noch fehlt? Das evil castle ist mir eigentlich wurscht. Habe ich mir jetzt eigentlich einen zweiten Elfenbungalow gebaut? Na, die Solary ist mutig. Dann eben doch noch eine Ranger-Gilde. So, da ist auf jeden Fall eins von zwei Barrows. Was mache ich mit dem? Der hat natürlich... Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö.